Zu langsam, finde ich. Du musst ja mal Einzelfeuer. Das war jetzt ein neuer Move, den kannte ich doch nicht. Das war der, wir sind in Schwierigkeiten-Move. Ja, bin gleich umgefallen. So, dann laufe ich mal hier um die Ecke. Alter, wo kam er denn her? Der war doch so weit weg von mir. Ja, das denkt man immer. Ey, und dann kam da der Arm um die Ecke geflogen. Ja. Die Klitschko-Faust. Was ist, da kommen wieder die kleinen Viecher. Danke. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Die sind echt, ne? Also wenn da 3, 4 auf einem losgehen. Ja. Das hätte selbst Bruce Lee nicht geschafft. Ey, wie diese Musik hasse, wenn ich im Hintergrund am Boden bin, dann immer dünn. ja diese komisches geräusch dass du weißt dass alle am boden zerstört bist ein teilchenbeschleuniger müsste gleich aufgeladen sein durch die gegend rennen ich laufe mache jetzt mal das andere lauf jetzt hier mal weg ich will die verrückten so von a nach b einfach einfach nur weg und weiß gar nicht wohin ich bin auch überhaupt nicht gerade alter der hat auch morgen schlacht drauf mann 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 wir kannst du elefant wäre seine auch noch eine eigenschaften punkt das gute kann man ganz gute eigenschaften punkt zu sagen so ich laufe jetzt hier weg die haben mich gar nicht erst gelassen weil die sind aber auch hart mann 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 das ist richtig geil aus mit dem roten anzug ja das war mega knapp eben der hat mich erwischt nur dieser anzug schützt der hat echt eine fette reichweite definitiv oh mann mann ganz gut weg meg mensch alter aber jetzt reicht es aber dass das kann doch nicht sein dass ich ziehe diese fliegen wolken an wie scheiße er das unglaublich jetzt haben sie wieder zerlegt man was denn da los ich habe das gefühl mein karten mein charakter ist auf level 1 oder so wer weiß das schon so ein schrott nein es macht er ja seine komischen bälle das hilft doch kein jetzt lasst doch mal jetzt kommt die kleinen viecher hier voll der humpelhannes aber wenn der eine kelle schlägt er das ist derzeit den anzug an aber es hilft hat gar nichts das gefühl die waffen sind irgendwie zu schwach wobei wenn ich so gut zocken würde wie du dann würde ich es auch überleben dann würden wir es wahrscheinlich noch besser schaffen guck mal wie die fliegen scheiße da auf mich zukommt ja das geht gar nicht und ich meine jetzt kann ich dich auch gar nicht mehr retten weil jetzt krieg ich gleich eine selber verpasst ich habe dich eingeschossen aber ich meine das ist nur ein kleiner schritt für die menschheit genau ein kleiner schritt für die menschheit ein großer für den zocker Vorsicht der kommt hier von links altern mich jetzt so eine wolke erwischt nur durch diese wolke uns aber wir haben ihn ja gleich noch eigentlich ja so klappt das dieser lümmel vorsicht hinter dir nun oh gott dann energie ist auch übel ne ich habe auch kein herz mehr aber ich habe noch eins für alle fälle außerdem habe ich eine wieder kostenlose wiederbelebung na alles was scheiße ich bin auch umgefallen wir haben es geschafft ja ich weiß gar nicht wie ich habe mich auf ihn geschossen so ein wiederbelebungs stein habe ich der allerletzte sehr gut so so so